Herzlich Willkommen auf meinem Kanal, ich bin Marcel Daphos hier, zum ersten Mal. Und ja, heute bin ich noch mal der Kiwi mit der Flammi wieder, seht ihr es? Hallo. Hallo. Und Flammi, geh ins Game bitte. Ja, okay, wir geh ins Game. Danke. So, let's go. Ja, der Tittenfisch! Der hat uns 1 Salz. Der hat uns 1 Salz. Oh, nein. Ähm. Ich bin auf den Weg. Oh, let's go. Komm. Okay, so. Hallo! Süden, das hier muss nach Süden. Süden, 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 den... Ah! Ach so, ich dachte, ich falle runter. Marcel, mach mal die 1 zu 1. Du bist doch Marcel von 1. Ah, okay. Bringst du es nicht hin? Bist du nicht stark genug? Bist du nicht stark genug? Hä? Bade, ich helfe dir. Das war doch gar nicht schwer. Hä? Das stimmt nicht. Das lässt es... Das lässt es sowas von drin, gell? Ich bin hin, hä? Hä? Wie kriegst du das denn nicht hin? Hä? Was ist denn das für Probleme? Alter! Wieso kannst du die Tinger nicht schicken? Also... Marcel, ich wusste, dass ich stark bin, ne? Aber dass ich so stark bin, wusste ich jetzt auch nicht. Das steckle dich zu. Ich bin stärker wie du, das wusste ich schon davor. Weil das auch so im Spiel ist. Du bist das Baby von dieser Katharina oder wie die hieß. Oh. Von wem? Marcel! Ich bin gestorben! Ich bin im Leben! Oh. Ich bin schon wieder da. Äh... Dad. 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 bin ich in ihm danke ich werde wieder gesalzen sollst du kannst schieben du bist doch stark mit der ruhe mit der ruhe liegt die kraft macht die 1 1 1 im himmel es war wunderschön so ich hatte einen langen tag der schule ich bin fix oder alle das was klar 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 in ita ich werde wieder gesalzen ich war schon wieder im himmel hallo ich war das mit banketen und du machst das mit den komischen eigentlich muss nur in die höhe kommen was du hast du hast der flamme ich heißt flammen hier und neben mir gibt es kein feuer doch die fackeln was ich meine zuschauer werden ich aber hassen wenn sie sich einen neuen namens gewöhnen müssen ich bin für engelsherz hatte mal eine richtig geile idee und das sage ich jetzt noch nicht so würde ich vielleicht irgendwo mein zweiter count heißen das sage ich ich habe mich gerade hinter mir hinten gelegt und ich bin auf dem spiel geflogen ich sehe dich die ganze länder facecam und ich denke mir nur so mit wem spiele ich hier nein bitte nicht ein bisschen motivation wir brauchen decknamen wir brauchen decknamen wir brauchen ja wir nein ich komme schon wieder vom himmel mich treten hoch stein platt ziehen mich also ich traurige labert marcel du hast es immer noch an den hintern kleben wir brauchen live hoch gehen sie weg bitte mein blatt Sie hat ihn in. ob man sie ja es ist auch und muss das auch runter machen was hat er vor wir brauchen dich hier oliver kahn wir brauchen eier zum fußball hat gesagt wir brauchen eier ich will sagen wir brauchen noch ein und ja ja was ist jetzt komm marcel toaster toaster nein er hat schon wieder geschlappt nein marcel kommt von der höhle was ist gemein hallo was die höhle was tun da ist die unterhöhle ist die unterhöhle ja genau bestimmt wo gehst du ihn jemand hat marcel wie hochste da eigentlich in einem stuhl der blöde ich ja gar nicht mehr du liegst ja schon halber du schläfst ja schon halber wenn ich bin froh dass der zuschauer ich kann den zink gemein bin ich gemein ich bin nur ehrlich oder es lässt dort drin junger mann verschwärts störe aus der sexe nein ich gucke nach das was ich gerade sagen ist auch drin spaß da würde ich mir gefrein jemand hat mich Ich sehe was der v für eine brille an hat was soll ich habe eine eckbeere für die erdbeere nicht etwa oder erst marcel du suchst da mal und ich fühle dir unser unser strauß ja okay ich helfe ich habe gar nicht aufgepasst was suchen wir überhaupt so bleiben verkleidung in verkleidung ich habe ich komme wieder vom himmel marcel ich habe was gefunden marcel ja ja du hast eine batterie steckst du steckst ihn einfach hier rein nicht 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 ich habe und ich für den toaster marcel komm sonst sonst will es hier noch sonst würde es hier dorthin rollen ich fühle mich nicht wohl weiterzumachen wenn uns aliens zu sehen ich suche es ja treffen eben was stein stein habe ich sau oft gesehen nein du lässt mich ja nichts machen guck nein ja ich hab's ich hoffe die aliens kommen wir waren ultra gut ich glaube ich mache über stunden wenn ich alleine bin naja das war's mit der folge schaut hier an der flamme vorbei ja die letzte worte und danke ja hier kann alles verlinkt also ich hoffe jetzt tschau heute 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 ich ich